Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hast du die Liste offen mit allen Modi, die entfernt werden? Nein, aber kannst du gerne mal vorlesen. Ich kann es vorlesen. Für alle, die nicht Bescheid wissen, es werden wirklich viele Modi auf gomma.hd.net entfernt. Unter anderem Cookies, Cores, Endergames wird entfernt, FFA Classic und FFA Rage Mode. Jetzt kommen die Hammer meiner Meinung nach. Survival Games und Quick Survival Games werden entfernt und Speed UHG. Also ganz viele Game Modi werden hier entfernt und ich würde sagen, wir dippen einfach mal in alle rein, um allen nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Ich weiß nicht, wie es ist. Wollen wir sonst die Liste abarbeiten, die es auf gomma.hd.net gibt? Dass einfach eins nach dem anderen geht, oder? Genau. Eins nach dem Andreas, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Das erste wäre Cookies, Bro. Cookies habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Bro, wie geht das? Was ist Cookies? Ich habe noch nie in meinem Leben Cookies gespielt, Alter. Oh mein Gott, doch. Ich habe es einmal gespielt mit Hockey und so. Aber es ist so lange her. Wie geht das nochmal? Ollis Papa. Ollis Papi. Achso, ich glaube, ich check. Ich glaube, ich check. Okay. Was, 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 was? Man muss in der Mitte diese Gold abbauen. Dann bekommt man Cookies. Ich habe einen Cookie bekommen. Let's go. Oh, ich habe auch viele Cookies bekommen. Oh mein Gott. Tötet ihn, tötet ihn. Manuel Neuer geht auf mich. Bitte, hilf mir. Oh Gott. Hallo. Digga, hier, Ulti, Mann. Mach auf. Komm her. Oh Gott. Ich muss meine Cookies doch abgeben. Digga. Du musst dir mich übertrieben verkaufen. Oh Gott. Nein. Ulti, pass auf. Ich bin da. Ich helfe dir. Wir sind zwei von verschiedenen Teams, Bro. Geht doch untereinander aufeinander. Wie kann ich meine Cookies abgeben? Ich habe es auch nicht gecheckt. Ich habe gerade irgendwas gedrückt. Warte, ich kill ihn. Mach Turnaround. Der ist fast tot. Black, ah, scheiße. Abonnent von mir. Hä? Warum hat er so viel Leben? Streamsniper. Danke. Ja. Wir müssen die Cookies einzahlen. Teamkonto. So und so viele Cookies. Und da steht 13%. Ich glaube, wir müssen einfach Cookies farmen. Okay, to be honest, ist glaube ich okay, dass der entfernt wird. Ey, der hat ein Eisenschwert wie Heisenberg. Hä? Woher? Digga, der Junge, der ist reich. An alle Cookie-Fans jetzt hier anwesend. Es tut mir leid, dass wir diesen Modus nicht ganz appreciaten können. Aber ich checke nicht. Ich checke auch nicht. Weißt du, was wir jetzt geschlossen machen? Schräg, schräg, schläf. Ja, lass echt. Okay, wir können ja immer ein Fazit ziehen, ob das zu Recht ist, dass der Spielmodus entfernt wird. Und ich sage bei Cookies, ganz klar, wird niemand vermissen. Von einer Skala von 1 bis ganz klar ist es schon ganz, ganz, ganz klar, ne? Ist ein ganz klarito. Das nächste auf der Liste ist Coors. Ich habe gar keinen Plan von Coors. Oh, man muss wahrscheinlich diese Base hier erobern. Das ist so Overwatch. Um was geht es hier eigentlich jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ah, ich checke. Guck mal, du siehst doch diese große blaue Strahle da hier vom Beacon. Ja, ja. Ich glaube, unser Ziel ist es, den zu vernichten. Ja, okay, dann let's go. Okay, der will hier auch mein Coors. Ah, ich checke das quasi so wie Bad Wars, nur so komplizierter. Also mit so mehr Sachen, auf die man aufpassen muss. Zum Beispiel ihn hier. Weg mit ihm. Okay, Leute, ich würde vorschlagen, wir machen das hier taktisch. Ich würde sagen, unsere Taktik sollte sein, einfach alle zusammen rüberlaufen und hoffen, dass jemand von uns durchkommt. Okay. Okay, los. Der eine fliegt direkt runter bei uns. Okay, einer ist runter. Okay. Oh, Jungs, das war's ja mal. Komm, der kann direkt wieder zurückgehen. Okay, Leute, der Plan hat nicht ganz funktioniert. Warum hat der eine DIA-Rüstung gehabt? Ey, jetzt, 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 wir haben eine freie Bahn. Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Mach du das Winkel, ich verteidige. Oh, nein, ich bin tot. Wie lange dauert das zum Abbau? Oh, mein Gott, Bro. Das ist ja impossible. Ja, ich glaube, wir müssen echt zu viel Tingen gehen, drei Leute müssen so Bodyguard spielen und der andere muss das jetzt abbauen. Ja, real talk. Oder jetzt steht da immer zusammen da drauf. Du arg. Ihr seid alle Tryhards, ihr spielt alle den ganzen Tag Minecraft. Leute, wie peinlich kann man sein. Ihr seid gerade so peinlich. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin mir alle gerade hier. Ja, 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 alles so. Rein, 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 rein. Ich bin drüben. Nein, nein, oh, ja, gute, gut, gut, gut. Ich schulde ihn. Ich bin tot. Nein. Nein. Das wäre so gut gewesen, hätte ich ihn gekillt. Oh, oh, die bauen gerade unseren Scheiß übertrieben ab hier gerade. Okay. Ich baue auch deren Scheiß ab. Aber sag sie nicht. Nein, warum? Nein. Das war so knapp. Ich kann schon mal sagen, von 1 bis 10 ist das absolut eine 8, dass es wirklich zurecht entfernt wird. Ich meine, gerade ist das hier ein sehr groß, einfach nur, man rennt da hin und stirbt. Der muss halt irgendwie, weißt du, was halt cool wäre, wenn man halt Todescooler und hat, weißt du? Ja, oder. Ich gebe es erst mal, keine Ahnung, wenn man 30 Sekunden lang nichts machen kann. Oder wenn man sich so equipen kann. Ich bin schon fast dafür, dass wir geschlossen diesen Modus wechseln. Woran liegt das, dass wir diese Modi nicht mal zu Ende spielen können? Guck mal, das wird doch jetzt eine halbe Stunde noch dauern, weil das, komm mal, was wir machen. Oh, wir haben gerade, wir haben gerade, wir haben gerade ein... Nevermind. Okay, ich komme, ich komme wieder, ich komme wieder. Ich bin, ich bin da, ich bin da, ich bin der Einzige nur da. Ich komme wieder, ich komme wieder. Ich beschütze. Warte, die haben die ganze Scheiße zugebaut. Ich beschütze dich. Bau ab, ich beschütze dich. Ja, 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 ja. Ey, das ist es, das ist es, das ist es, das schaffen wir. Bau ab, baub. Oh, Trick 17, der ist fast down, der ist fast down, behalte, 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 behalte. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, 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 ich habe ihn fast, ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast los. Hast du es, hast du es, hast du es? Wie lange dauert das denn? Hast du es? Mal schneller. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Ich habe mich einfach zugebaut und dann hat es geklappt. Ich würde sagen, Kors ist auch voll okay, dass der Spielmodus entfernt wird. Auf einer Skala von 1 bis 10, wir machen deine Schlechtheitsskala mal weiter. Ich würde sagen, es ist eine stabile 9 schlecht. 9? Ich würde sagen 8. Als nächstes, Bro, kommt ein Classic. Und zwar Ender Games, Bruder. Oh, da bin ich gut. Auf Ender Games freue ich mich, weil, Erdmano, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe damals Geld ausgegeben für Ender Games Kids. Oh nein. Mein Gott, ich war so süchtig nach Ender Games. Okay, Teams nicht möglich, dann, wir spielen auf eigene Kappe. Wollen wir Wette machen, wer länger überlebt? Äh, ja. Diejenigen, die bei Ender Games so in Höhlen gegangen sind, sowas waren die komischsten. Man muss immer rumlaufen und hoffen, dass hier so Kisten kommen. Ich finde auch, die müssen auch in die Hölle kommen, ganz ehrlich. Ja, und auch getötet werden. Geh direkt auf jemanden drauf, kann es sein, dass ich direkt sterbe. So muss das, ich sehe hier halt niemanden, ich sehe hier halt niemanden. Ich bin fast tot. Ey, Jungs, jetzt staubt mich nicht ab, Alter. Ey, guck mal, Ender Games war so geil früher. Also wirklich, ich habe Kids gekauft mit Echtgeld. Ich habe auch von Ungespielt alle Folgen geguckt. Okay, vielleicht heikles Thema jetzt. Oh, damals Legende, Scheiße. Oh, hier ist, hier ist. Es geht TNT instant in, ey. Hier ist ein Guy. Oh, es sieht ganz schlecht aus. Ciao, Bro. Oh mein Gott, ich muss gar... Wett, bist du tot? Oh, nein. Da ist er down. Wo, von wo? Ich weiß nicht mal, von wo ich gekillt wurde. Mark, wer ist der coolste hier? Oh Gott, sehr schön. Ach du Scheiße, du bist am Rasieren. Was soll das jetzt? Du wurdest hops gefickt. Ne, ich habe mich selber hops gefickt. Das ist das Problem. Oh nein. Hilfe. Ah, schade. Niemals wegrennen ist eigentlich Regel Nummer eins. Du musst immer draufbleiben. Schade, Bruder. Okay, wollen wir einfach noch eine Runde, weil es eigentlich Bock macht. Save. Ender Games macht Bock. Ender Games, nie gehatet. Nie gehatet. Ey, der ist im Ulti-Clan. Wieso hast du denn einen Ulti-Clan? Wait, ich habe einen Clan. Stimmt, ich habe einen Clan. Aber ich habe meinen Minecraft-Account nicht mehr. Das heißt, die Leute sind in einem Clan mit meinem alten Account. Scheiße, ich bin ja gar nicht Holzfäller. Ich bin jetzt gar nicht Crafter. Ich bin Holzfäller, Junge. Ja, ich muss auch mein Kit wechseln. Ich bekomme halt scheinbar Ender-Perlen pro Kill. Aber dafür braucht man halt Kills. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Stirb. Ii. Ja. Okay, der Typ da hinten struggelt mit irgendwelchen Fledermäusen. Ich komme hin. Ich hoffe, ich stelle morgen in seiner Klasse, dass er einen anderen Hobbes genommen hat, Digga. Ey, wirklich. Was ist passiert? Ich wurde mit irgendjemandem geswitcht, eh egal. Ich bin fast tot, eh egal. Okay, ja. Ich finde, es ist jemand. Nenn mal so. Maul. Ach, fuck nicht ab. Ich dachte wirklich gerade. Ich dachte wirklich gerade. Okay, noch 14 Spieler hat, Manu. Ich bin ja in den Top 14. Andererseits so. Oh, der Verzauber des Diasch wird ein Eis und ist dumm. Ich muss rein einfach. Komm, ich muss einfach Eier zeigen. Wow, wie unfair. An der Stelle, ne? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ist der schon ne 2. Also wenn es darum geht, wie kacke der ist. Also der ist gut. Weil das ist ne verwirrende Skala. Aber der ist gut. Der ist gut. Ja, dass das entfernt wird, kann ich nicht verstehen. Weil ja gut, es wird halt wahrscheinlich entfernt, weil es keiner mehr spielt so mäßig. Aber an sich ist der Modi halt geil. Wie kann das sein, dass der nicht gespielt wird? Ein an sich ist der geil. Jetzt wird es interessant. Und zwar ist der nächste Modus FFA Classic. Und ich weiß nicht, was das ist. FFA Classic ist hier. Okay, es gibt auch nur eine Lobby mit FFA Classic. Oh, okay, ich check, glaube ich, instant. Ach, das ist einfach nur die ganze Zeit. Wo man einfach reinrennt und sich killt. Ach, ja, mit einer Angel auch noch. Also das geht aber viel zu weit. Ja, Angel ist wirklich Red Flag. Es ist jetzt einfach so, dass man sich killt. Wow. Es ist halt ein sehr stumpfer Modus. Also ich habe hier Kills. Ein aktueller Killstreak 1, okay. Es ist halt ein sehr stumpfer Modus. Ich kann mir vorstellen, dass er Spaß machen kann, wenn halt viele den spielen. Aber ich sehe instant, warum der entfernt wird. Okay, es ist einfach nur schade. Es ist kein Geil. Ach man, warum denn Angel? Also wirklich PvP mit Angel. Wer das erfunden hat, wirklich Satan. Können direkt wieder raus. Dann gehen wir in den nächsten rein. FFA Rage Mode. Jetzt kommt das nächste. Das ist genau dasselbe, nur mit irgendwie... Ja, komm, lass reingehen. Digga, es laggt auch übel. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Digga, komm. Es ist einfach schlecht programmiert, der Modus. Junge, was ist das denn? Es sieht übel aus, als würde er hacken. Einfach nur, weil es so übel laggt. Jaja, der Moos wird so entfernt, weil er keine Server hat. Der wird so wenig gespielt. Die sind gerade überfordert mit acht Leuten. Digga, schaut es euch an. Es laggt so heftig rum. Digga, es macht aber auch keinen Spaß. Ganz ehrlich, wenn es nur laggt. Wir können den Hack wieder lieben eigentlich. Bro, als nächstes kommt einfach Survival Games. Das Ding ist halt, Bro. Ich finde, Survival Games ist wirklich das Traurigste. Weil, ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber Survival Games, das war damals so mein Main Game. Das finde ich auch so Minecraft PvP in seiner reinsten Form. Ey, ich bin direkt runtergeflogen. Nein, okay, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wir müssen zusammenbleiben. Bei G, bei G, bei G. Warte, wo bist du? Nein, wo bist du? Nein, ich bin in so einem Dorf. Ja, hast du irgendeine Waffe für mich? Irgendwas? Ja, ich habe eine Holzachst. Da hinten sind ganz viele Leute. Wir müssen das gewinnen, ne? Wir müssen. So wird es hier laufen. Okay. Das Optifine Cave, Alter. Erst mal Geld bezahlt für Optifine. Ich bin noch nicht da, ne? Pass auf. Jetzt bin ich da. Ich bin fast tot. Oh, nein. Oh Gott. Oh, nein. Das ist doch so gut. Oh, nein. Nein, du lebst noch geil. Du lebst noch. Ja, aber trotzdem bist du. Ja, das ist ehrlich traurig. Aber er hatte auch krasse Sachen. Hinter dir liegt noch so richtig viel Stuff. So Eisenrüstung und sowas. Da kommt jemand auf. Ich darf das nicht sagen. Ich, wait, ich kann illegal. Egal. So, hau rein. Hallo, kann der mal sterben, Alter? Wie wird der? Hä? Hä? Der stirbt nicht. Wieso stirbt der denn nicht? Muss ich immer abwarten mit Schwert, bis ich wieder schlage? Ist das das heuseste? Bro, spammst du? Ja. Das ist doch seit 2014 nicht mehr. Ja, aber ich dachte, das ist doch das alte. Oh mein Gott. Jetzt werden wir gewinnen in Survival Games 4. Oh, Leute. Gänsehaut gerade. Survival Games 4 ist nur so eine legendäre Map. Und der Spielmodus wird einfach entfernt, Leute. Ein letztes Mal Survival Games 4. Okay, ich weiß es zumindest, dass ich nicht spammen darf. Das ist doch schon mal ein Fortschritt an der Stelle. Ich bin hinter dir. Flieg, flieg, flieg. Okay, okay. Ich bin hinter dir. Wir machen eigentlich Elitra. Du bist gerade Elitra außer ich. Du hast Elitra. Du bist auch geflogen. Ach so. Ey, wo bist denn du? Hier. Ah, da. Geil. Ich brauche auch unbedingt eine Waffe an der Stelle, ne? Ähm, ja, ich habe auch nichts. Ich habe nur so einen Crossbow. Weißt du, wo früher richtig geile Kisten drin waren? In diesem Flughafenhangar. Oh, ja, oh, ja. Da war immer richtig viel los gewesen. Ja, Mann. Und da war früher auch in der OG-Map so eine Falle. Aber ich glaube, die gibt es auch alle nicht mehr. Ach so, das sind welche. Das sind welche. Oh. Aber die hat sogar Steve-Skin. Hallo, geil. Mega-Shit, du. Wie kann man so eine Pussy sein? Komm, Alter. Komm, wir haben den gleich. Ich schwöre, wir sind gerade übel, die hier gehen. Wir sind gerade in der Wüste. Er ist so eine Antilope. Geil, let's go. Let's go. Okay, meine Route war früher immer auf diesen Schienen lang zu gehen. Aber auf dieses, diese Elektro-Draht oben drüber. Oh, da sind welche. Das sind welche. Das ist der, der uns letzte Runde gekillt hat. Vendetta. Ach so. Einmal getroffen, den Hund. Warte, 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 warte. Ja, er rennt, er rennt, er rennt. Er macht Turnaround. Ich booste dich. Ich bin, ich habe ein Herz, Bro. Ich habe ein Herz. Okay, ich gehe weiter hinterher. Das war's, glaube ich. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, Alter. Let's go. Ey, die Border geht ein bisschen. Am Spawn ist auch jemand. Ah, das sind zwei. Ja, die kämpfen gerade. Man kann abstauben. Nein, 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 nein. Geh in die Mitte. Die haben alle keinen Teammates, Junge. Wieso nicht? Ja, ja, wenn wir jetzt verlieren, das wäre peinlich. Weil wir sind die einzigen, die noch zu zweit sind, you know. Oh nein, er hat auch Brogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ich habe Armenbreast. Oh, was auch, du bist nicht alleine da vorne gerade. Wie schießt man mit der? Ach so. Oh mein Gott. Achtung, da kommt es auf mich. Einmal geschlagen, den Hund. Sehr gut. Boah, den Hund. Jetzt halt, da muss ja schon sein. Oh Gott. Der Fall. Oh Gott, er war's tot. Er hat Diers. Er hat Diers. Oh Gott, Eric Dier. Er hat Diers. Jetzt sind noch ein anderer Spieler da. Haben wir gewonnen, oder? Ja, wir sind noch Erdmatt. Oh mein Gott, hier schließt sich der Kreis. Das war auch unser erster Gegner oder so. Warum rennst du weg, little bro? Das ist Finale. Du kommst hier nicht mehr. Du kommst an uns nicht mehr vorbei, verstehst du? Oh, Achtung, über dir. Wo ist er? Oh, what the fuck? Mein Arx ist verbrochen. Ja, Erdmärd rennt die ganze Zeit nur weg. Erdmärd, Digga. Er ist leider der Gejagte in diesem Szenario. Jawohl. Da haben wir gewonnen, oder? Können wir festhalten, dass das entfernt wird? Zwei von zehn, oder? Zwei von zehn. Ich finde Survival Games so legendary. Vielleicht sogar null von zehn. Jeder Server sollte Survival Games haben, finde ich.